Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und dieses Video, ich bin ein bisschen emotional, ist für mich was unglaublich Besonderes. Und... Ich habe mit einem unglaublich wundervollen Team sehr lange daran gearbeitet, dieses Projekt tatsächlich in Erfüllung gehen zu lassen. Kann man das bei einem Projekt auch sagen, nicht nur bei einem Wunsch. Auf jeden Fall haben wir lange daran gearbeitet. Es ist schon ein ziemlich langer Prozess dieses Jahr gewesen. Und was es ist, möchte ich jetzt mit euch teilen anhand eines Trailers, anhand eines kleines Behind-the-Scenes-Making-of-Video. Und lasst euch einfach überraschen, was es ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Falls ihr die Hinweise jetzt richtig kombiniert habt von dem Making-of-Video, was ihr hoffentlich habt, denn ihr habt das Cover schon gesehen, es wird ab dem 15. sprich ab nächster Woche ein Buch von mir geben. Und es ist ein Frisurenbuch mit Step-by-Step-Anleitungen, Beschreibungen, generellen Haarpflegetipps und eigentlich meinem kompletten Wissen, was aus diesem Kopf in dieses Buch geflossen ist. Und ich bin so stolz drauf, ich bin so dankbar für das ganze Team, die daran alle gearbeitet haben, den Fotografen, die Stylistin, Juliane vom Verlag, die mir echt so viel geholfen hat. Und ich möchte mich bei Patrick und seiner Freundin Allegra bedanken, die uns die Wohnung gestellt haben und die auch das Making-of gemacht haben. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte niemals gedacht, dass so ein Projekt irgendwie tatsächlich mal real wird, weil YouTube und der Frisurenfreitag und generell Frisuren, das war für mich immer ein Hobby. Und am Anfang hätte ich gar nicht gedacht, dass das überhaupt jemanden interessiert. Und dann fingen immer mehr Leute an, sich die Videos anzuschauen und das war für mich so, okay, dann mache ich halt noch eins. Und dann wurde das irgendwie so ein täglicher Begleiter und wöchentliches Format. Und ja, ich bin irgendwie total überwältigt, dass ich das jetzt realisieren konnte. Und ich bin so dankbar für eure Unterstützung, dass ihr euch tatsächlich meine Videos anschaut, dass es jemanden interessiert. Und dass das jetzt in einem so wundervollen Buch zusammengefasst ist, da steckt so viel Arbeit hinter. Es sieht einfach so schön aus. Ihr müsst euch das unbedingt einfach anschauen, es ist wunderbar. Den Link zum Verlag findet ihr in der Infobox. Wenn ihr das Buch jetzt vorbestellt, dann wird es am 15. quasi am Erscheinungstermin sicher bei euch zu Hause sein. Das ist auf jeden Fall cool, dann braucht man nicht noch länger warten. Für all die, die nicht vorbestellen möchten, was schade wäre, aber für all die, die nicht vorbestellen möchten, wird es ab dem 15. in allen Bücherläden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich verfügbar sein. So wie bei Amazon. Hier kann ich mir richtig reden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Arbeit war, was das für emotionale Zeiten auch waren. Dasselbe mal zu realisieren, du bringst ein Buch raus. Was passiert da gerade? Wenn ich aber zum Beispiel Rezepte raussuche, dann gehe ich immer noch mit dem traditionellen Kochbuch, anstatt mir die im Internet zu suchen. Und genau so ist eigentlich die Idee mit den Frisuren, dass man sich nicht irgendwie stundenlang durch irgendwelchen Foren liest oder sich Videos anschaut, sondern einfach so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit unglaublich schönen Fotos hat. Und falls man einen Schritt nicht versteht, auch noch den kleinen Text dazu lesen kann und somit einen eigentlich perfekten Überblick hat über die Frisur, auch das Endergebnis schon sieht am Anfang, also auf dem Cover. Und alles ist total schön und liebevoll zusammengesucht. Und ich bin so froh, dass das Projekt jetzt endlich da ist. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützt und auf dem unteren Link euch euer Exemplar vorbestellt und es ab dem 15. entweder mit einem Hashtag oder einfach mit einer Nachricht an mich mit mir teilt. Weil es ist eine ziemlich große Sache. Für mich ist es unglaublich. Ich realisiere das irgendwie manchmal immer noch nicht, dass ich dann so denke, okay, da wird jetzt demnächst was von dir im Regal stehen. Und du kannst es tatsächlich anfassen und angucken. Und es sind 144 Seiten mit deinem Gesicht. Ich werde euch alle relevanten Links in die Infobox setzen. Und tut mir leid, wenn ich in dem Video ein bisschen zu durcheinander oder emotional war. Es ist für mich, wie gesagt, eine ziemlich große Sache. Denn sowas macht man nicht einfach über Nacht sowieso nicht. Aber sowas macht nicht jeder einfach. Und ich bin total froh und stolz und geehrt. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es mir gefällt. Wir sehen uns dann nächste Woche bei eurem nächsten Video. Und bis dahin, wie immer, alles Liebe. Tschüss.